Wir müssen unser aktuelles Programm für eine ganz, ganz wichtige Meldung unterbrechen. Denn, liebe Zuschauer, wenn Ralf sagt, es ist Partyzeit, dann ist Partyzeit. Und ich kann Ihnen sagen, wenn sich hier jemand um das Thema Musik bestens aufkennt, dann bin ich bezüglich der Hip-Hop und Techno-Beats, Lutz bezüglich der Technik. Aber der Ralf, der ist hier unser Stimmgenier, unser Talent, liebe Zuschauer. Der Ralf kann ganz hervorragende Karaoke-Partys organisieren, braucht aber dafür das passende Equipment. Und das bekommt man mit so einer Partyanlage. Ja, unter anderem könnte man auch Karaoke machen, aber alles andere ist natürlich noch begeisternder. Man muss nicht singen. Das ist nur eine kleine Option. Hier sehen Sie einen Drehregler und wir haben hier jetzt eine leistungsstarke PA-Anlage. Und wir haben gesehen, Line-Mode, er sagt mir, welche Modalitäten ich gerade eingestellt habe. Wenn ich den jetzt drehe, werden Sie sehen, ich habe nirgendwo ein Kabel. Achten Sie mal drauf. Und das jetzt mit einer Box, die richtig leistungsstark ist, geht normalerweise nicht. Hier geht es, dreieinhalb Kilo, hat die nicht mal. Und jetzt habe ich aber ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier Musik abzuspielen mit einer Spitzenleistung von 150 Watt. Unter anderem von USB-Stick. Sorry, bei USB-Dry. Bei USB-Dry, so. Oh, ich mache mal gleich ein bisschen leiser. 150 Watt Spitzenleistung. Und jetzt kannst du hier, pass mal auf, aufdrehen, Party machen bei einem Wahnsinnsklang. Das kannst du jetzt mitnehmen. Guck mal, extra für dich hier jetzt. Du darfst jetzt tanzen, überall hin mit, ins Gartenhaus oder natürlich an den Baggersee, auch wenn die Baggersee-Zeit jetzt rum ist. Aber das ist für mich eine perfekte Partyanlage. USB-SD-Karte, nimmst auch über den MP3-Player. Wir haben eine Bluetooth-Fähigkeit. Also wäre auch gut für dich, weil du verbindest ja immer, du hast ja ständig dein Smartphone in der Hand. Also deine Playlist ist auch auf dem Smartphone. Radio haben wir drin. Wir haben Line-In-Eingang. Ich kann auch jedes externe Gerät anschließen. Und Mikrofonanschluss haben wir auch noch. Aber da will ich jetzt nicht mal unbedingt nur zum Singen verwenden, sondern man kann auch mal, wenn man damit eine Party beschallt, mal kleine Durchsagen machen, die kleine Rede fürs Geburtstagskind. Oder der wichtigste Satz bei jeder Party, das Buffet ist eröffnet. Und ansonsten höre ich Musik. Und ich bin jetzt nicht mal bei der Hälfte der Lautstärke. Und Sie hören, glaube ich, wie gigantisch das ist. Fernbedienung ist auch noch mit dabei. Ich kann also alles auch ganz bequem aus ein paar Metern Entfernung bedienen. Für mich ein Phänomen. 150 Watt Musikspitzenleistung. Spielt alle modernen Medien ab. Und die älteren kann ich mit beiliegendem Kabel übrigens über Klinke hier anschließen. Das hier ist zum Aufladen. Denn der Akku 4400 mAh wird ganz einfach wie ein Smartphone auch aufgeladen. Und mit einer Akkuladung hast du hier jetzt vier Stunden Musikgenuss. Und wenn dir das nicht reicht, nimmst du einfach noch eine Powerbank mit. Weil das kannst du jetzt auch direkt über eine Powerbank zum Beispiel wieder aufladen beziehungsweise betreiben. Und dann ruckzuck mal die Laufzeit verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Je nachdem, wie groß die ist. Und ich drehe jetzt mal die Musik zu dir. Und da sehen Sie auch, wie einfach und schlicht das eigentlich von hinten aussieht. Aber ich sage jetzt mal reduziert aufs Wesentliche. Und jetzt geht die Party ab. Egal wo, egal wie, was ist es so feiern. Oh, ich höre gerade, unser Toningenieur hört uns gar nicht mehr. Also machen wir wieder ein bisschen leiser. Aber ich glaube, Sie haben die Möglichkeiten hier entdeckt, die man mit so einer Anlage hat. Und hier bei so etwas Kompakten hätte ich jetzt einen Preis erwartet von 100 Euro. Ja, das wäre ein realistischer, sagen wir 99,90, wäre ein realistischer, günstiger Preis. Aber schau mal auf unseren TV-Sonderpreis. Das ist ein brandneues Angebot bei uns im neuen Katalog und jetzt endlich lieferbar. Und jetzt auch noch für unter 50 Euro hier zu erwerben. 47,41 Euro, um genau zu sein. Mit der ZX 740 unter 5,6. Und haben wir noch einen weiteren Track? Können wir da mal durchhören? Ja, natürlich, wir haben noch weitere Tracks, aber was ich noch zeigen wollte, ist, ich kann auch Partybeleuchtung gleich mit zuschalten. Das kann ich, so habe ich es aus. So, schau mal, jetzt habe ich hier noch so eine richtig angenehme blaue Beleuchtung unter dem oder um das Membran. Sieht einfach toll aus. Und hier ist der nächste Track. Gefällt dir das besser? Ach, ist alles super, aber die Musikwiedergabe ist ganz, ganz toll. Qualitativ. Das ist jetzt dein Ziel, oder? Das ist alles mein Ziel. Ganz egal, was Sie hören wollen. Und die 5,6,9, die Bestellnummer, ist das nicht fantastisch? Wir für 47,41 Euro, so eine mobile Partyanlage zu bekommen. Gerade auch jetzt für die bevorstehenden Feiertage ist das natürlich was ganz Besonderes. Denn, Ralf, bei uns ist es immer so, die Familie trifft sich gemeinsam, wir essen dann zusammen. Und dann irgendwann heißt es, aufstehen alle miteinander, jetzt wird gefeiert. Und da muss die Musik aufgedreht werden. Und das könnten wir hier hervorragend machen. Und wann sagst du deine Weihnachtsgedichte auf? Ist das vor dem Essen dann? Advent, Advent, ein Lichtland. Okay, lass, 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 lass. Erst 1, 2, dann 3, dann steht das Christkind vor der Tür. Ich ziehe die Frage zurück. Jetzt hätte ich als nächstes gefragt, was für ein Weihnachtslied Sie denn alles singt. Okay, aber hier übrigens auch Radio drin. 50 Sende Speicher, automatischer Sendersuchlauf. Einfach aufstellen, wo Sie es sind, durchlaufen lassen, Ihren Lieblingssender einstellen, wenn Sie mal nur Radio hören wollen. Was ich hier toll finde, ist wirklich die Flexibilität. Ich kann überall hin, das mitnehmen, ganz einfach aufzuladen, wieder über den Ladeteil, wie beim Smartphone. Und ansonsten bin ich unabhängig vom Strom. Vielleicht auch, jetzt sind wir schon bei den Feiertagen, eine tolle Geschenkidee für junge Leute, die hier gerne Partymusik hören, die auch viel Musik vom Smartphone hören, weil die Bluetooth-Verbindung, das ist also ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher. Aber das ist ja nur eine Option. Und hier nochmal, Musikspitzenleistung, 150 Watt. Und ich möchte Ihnen das Gerät auch einmal von oben zeigen, damit Sie hier wirklich alles im Blick haben. Schauen Sie mal, hoppla, da sind wir. Erstens mal, das ist der Lautstärkeregler, der ist auch noch schön beleuchtet, Sie sehen es. Und hier im Display sehen wir immer, wo wir gerade sind, welches Lied läuft, ganz einfach zu bedienen hier. Und über Mode wechsle ich von jetzt zum Beispiel USB auf SD oder auf Radio oder auf Bluetooth. Oben sehen wir nochmal den Mikrofoneingang und unten, das ist der kleine Schalter, da kann ich die Beleuchtung ein- oder ausschalten. Also auch sehr bedienerfreundlich, Line-In habe ich noch vergessen, der kleine Klinkeranschluss, wo ich externe Geräte noch anschließen kann. Aber Sie sehen, auch hier Bedienung, unglaublich einfach. Man nimmt es, wenn es kommt aus der Verpackung, schaltet es ein und hört Musik. Das war's, liebe Zuschauer, 47,41 Euro Spitzenpreis, da muss man wirklich gleich in die Leitung gehen. ZX 1740 und die 569, Ihre Bestellnummer für die mobile Partyanlage. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll, lieber Ralf, das ist ja der absolute Wahnsinn, dass man nie so kleines Geld bekommt. Es macht wirklich sprachlos, was heutzutage möglich ist. Ich weiß noch, früher hat man für solche Boxen, für solche Lautsprecher Hunderte von D-Mark oder dann später auch Euro bezahlt. Und mittlerweile ist die Technik so kompakt, aber so leistungsstark und auch klangstark. Das muss ich hier dazu sagen. Also ich hoffe, es kam einigermaßen rüber, was hier für eine Klangstärke in diesem Lautsprecher, der übrigens auch eine schöne Größe hat, steckt. Und ich glaube, bei Vivian kam es sehr, sehr gut an. Guck mal, ich habe plötzlich vier Arme. Oha, mir wird ganz schwindelig. Wo? Achso, du meinst meinem. Nee, du musst die Arme hinter den Rücken machen. Mach deine Arme hinter den Rücken. Okay, okay. Und jetzt? Naja, naja. Naja, naja. Ich finde es wirklich klasse, liebe Zuschauer, gemeinsam tanzen, gemeinsam Spaß haben. Aber die Bilder, komm, heiz doch mal hoch. Ja? Kein Problem, oder 3 Kilo, 3,3 Kilo, genau. Kannst du also mitnehmen, wohin du willst und überall. Ja, früher gab es diese Ghetto-Blaster, aber die hatten Batterien, die großen. Und dann hat man alle zwei Stunden musste man vier bis sechs Batterien wechseln. Sag mal, das unterfordert dich doch mit 3,3 Kilo, oder? Stimmt. Ach, da sieht man es an. Komm, stell es wieder auf, wir hören Musik. Und Sie können das auch jetzt anrufen. Sie ist jetzt lieferbar. Und zu diesem sensationellen Preis ist es auch in weiser Voraussicht, dass in 75 Tagen Heiligabend ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ganz tolles Weihnachtsgeschenk, gerade auch für Jubelleute, die gerne mal zum See fahren. Oder auch mit ihren Liebsten zusammensitzen, mit Freunden und Bekannten. Und da sagen, Mensch, ich brauche musikalische Unterstützung. ZX7, 40 und 569. Die bestellen nochmal ein brandneues Produkt, liebe Zuschauer, für unter 50 Euro. Und was ich schön finde, gerade wenn man Familienfeiern hat, oftmals denkt man drüber nach, oh, das sollte natürlich Musik sein. Wenn man jetzt einen DJ beauftragt, da ist man gleich mal 400, 500, 600 Euro los. Das ist nur für den DJ. Und ich glaube, Musik hat heute jeder selber. Dann stelle ich so einen Lautsprecher auf und kann auch dann die Lautstärke selber regeln. Und dann USB-Stick, SD-Karte oder irgendjemand hat mit Sicherheit die besten Lieder auf dem Smartphone. Da verbinde ich es per Bluetooth. Das ist einfach clever, wenn man sowas zu Hause hat. 47,41 Euro, liebe Zuschauer. Und jetzt heißt es zugreifen. Gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an ZX7, 40 und die 569. Feiern Sie Ihre eigene Party. Ich wollte sagen zu Hause, aber eigentlich wo immer Sie wollen. Denn Sie sind ja hier mobil unterwegs. Und in diesem Sinne würde ich sagen, komm Ralf, du bist eingeladen. Wir zwei gehen jetzt mal zu den lieben Ladies. Zur Katja, zur Diana. Und dann fangen wir mal an mit der nächsten großen Party. Denn das sind ja unter drei Kilogramm. In diesem Sinne gleich bestellen. Also gut, und Sie vergessen nicht anzurufen. Los geht's, dann geht die Party los.